So, meine Damen und Herren, ein kleines Beratungswerk für euch aus der Brutuba in Neustadt-Horla. Wir spielen unser Land. Sieht nach Regen aus. Sonntagmorgen, früchte Zeit, kein Türbohm, kein Nagelschein, die Frau stellt ein 30 an und stellt ein 30 an. Was du kommst, sein Papa, kein Türbohm, kein Bürgarten很irland, kein interruptionales Beratung beiiner Unemann. Es sieht nach Regen aus, Sonnenschein, es sieht nach Regen aus, es sieht nach Regen aus, es geht mit einer Wolke, aber wir sind ein Leben, ein Maletentee, der uns hat hoch und mega weit, gibt's heute für die Herzenfahrt, an Flaschen, Samar und Basel, die Binnen und Toms kennenlernen, wo der Wind aus spüren, nach der Welt sieht nach Regen aus, es 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 gibt nicht eine Wolke, der für die Herzen flühen, die man mal drückt. Sonntagmorgen Frühstückzeit, kein Telefon, kein Mandelschein, Die Frau steht nach 30 Grad, noch dreht nach Mara, nicht mehr aus, es sieht nach Regen 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 aus, es gibt nicht eine Wolke, der für die Herzen flühen, Die Frau steht nach Regen aus, es sieht 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 nach Untertitelung des ZDF, 2020